Früher war Kommunikation noch überschaubar. Eine Nachricht in den Briefumschlag und dann ab damit von Person A zu Person B und in wenigen Tagen kam die Nachricht an. Heute geht das Ganze bedeutend schneller. Eine einmal geschriebene Nachricht oder erzeugte Information ist in Millisekunden am anderen Ende der Welt und wenn gewollt auch gleichzeitig bei ganz vielen Empfängerinnen. Aber was ist, wenn jemand deine digitalen Daten nutzt, um sich für dich auszugeben? Oder was, wenn jemand deine Lebens- und Krankheitsgeschichte gegen dich verwendet? Und was passiert eigentlich mit den Aufnahmen der Kameras auf dem Marktplatz? Das ist ja alles doch ganz schön ärgerlich. Und ich muss vielleicht etwas tun, denn Datenschutz geht alle an. Mehr Infos unter www.datenschutzgehtallean.de www.datenschutz boaageer den Boden